Er hat eine bewundernswerte Arbeitsmoral. Sie isst jeden Tag viel Obst. Im Sommer reisen sie viel. Das Treffen endet abrupt. Wir benötigen zusätzliche Informationen für den Bericht. Die Aussicht vom Gipfel des Berges ist atemberaubend. Er wird wütend, wenn die Dinge nicht nach seinen Wünschen laufen. Sie ärgert sich, wenn Leute laut reden. Die Fahrt dauert etwa zwei Stunden. Sie staunen über die Tricks des Zauberers.